Hallo und hallo, willkommen zurück zu Skyrim im Utschdur Zügelgrab. Was öffne das Fertigkeitsmenü? Ah ja, ich soll das Fertigkeitsmenü öffnen, sagt er mir. Na gut, neue Stufe. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magiker oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen und dies... oder diesjahre... genau. Stärke, Magiker oder Gesundheit? Ich würde mal Gesundheit erstmal nehmen, Ausdauer... genau. Erstmal ein bisschen Gesundheit. Und Verstörung... vom Blitzen... okay, das ist das. Schleichen... ja, ne... leichte Rüstung, Schießkunst, einhändig. Einhändig blocken... ja, 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 ja... Schmiedekunst ist schon auf 20... Verzauberung. Magie, Waffen... ach so, okay... Veränderung... Wiederherstellung... Okay, nee, Zerstörung... Doppelter Zerstörungszauber, okay... Halt... Das ist ja hier... Flammenmeer, verstärktes Feuer. Mhm. Jo. Haben wir das schon mal geschafft, ne? Objekte haben wir jetzt, äh... Nicht irgendwie was... Ich hab doch hier irgendwo ne Rolle... Blblblblblblbl... Ne Rolle des... D-d-d-d-d-d... Was ist das hier? Für einen Moment, ach so, nee. Drachenblut... Wo war... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich hab doch hier irgendwie... Hier Schriftrollen. Eine Feuerexplosion. Okay, wie mach ich das? Ach, wenn ich A benutze, was passiert dann? Dann ist die ausgerüstet, oder wat? Aha, okay. Wir gucken uns das mal an, was passiert, weil ich das... Ich weiß, dass ich mit der Klaue so lang gelaufen bin, aber ich glaube nicht... Das ist schön, dass du Hilfe brauchst. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme mir ganz gut klar. Oh. Hätte ich das Skelett doch fast übersehen, ne? Sowas aber auch. Aber sowas aber auch. Oh Gott. Oh. Na, hoppsa. Sowas aber auch. Jetzt habe ich die... Ähm. Die Rolle. Aber dann machen wir uns ja auch alles erstmal. Aber ich hab doch... Warte mal, Frostgift oder sowas, ne? Habe ich sowas nicht eingesammelt mal? Hm. Das ist auch auf Favoriten. Dann machen wir das auch mal auf Favoriten. Was ist das? Was ist das? Der geringen Ausdauer. Okay. Frostgift. Ein blutstockendes Gift. Vielleicht. Ha. Guck mal. Ja. Okay. Jetzt habe ich mein Schwert vergiftet. Oder was ist hier los? Ja. Steck dein Schwert ruhig mal weg. Oh Gott. Bevor es Eier legt. Ja, ich weiß. Ich bin doch dabei. Verwundete. Lebt die noch, oder was? Ist mir doch scheißegal, ob du raus willst. Halt die Fresse da hinten. Was ist das hier? Spinnenbeutel. Ne. Hä? Spinnennetzbeutel. Achso. Okay. Was ist das hier? Mumifizierte Leiche. Alles klar. Halt mich runter. Halt mich runter. Halt mich runter. Ich denke ja gar nicht dran. Halt mich hier raus. Wenn du weiter so plärst, nicht. Halt mich runter. Halt mich runter. Alter, geht der mir auf den Sack? Halt mich hier raus. Nö. Halt mich hier raus. Eine Urne. Gott, oh Gott, oh Gott. Halt mir. Hilfe. Ihr. Hier drüben. Ja. Ich weiß schon, was passieren wird. Hö. Hö. Du bist ein Arschloch. Ja, damit hast du wohl nicht gerechnet, wa? Du Vogel. Das war gar nicht mal so schlecht. Mensch, ich muss mir mal selber auf die Schulter klopfen. Die goldene Klaue. So, das ist alles schlechter, was ich habe. Sowieso. Genau. Damit ist dieses Rätsel hier aber noch nicht gelöst, nehme ich an. So, jetzt bin ich hier überall dran vorbeigelaufen. Ich wollte hier noch ein bisschen gucken. So, da komme ich hier. Ja. Genau. So, da ist diese blöde Spinne. Was haben wir denn hier? Äh. Ein Balsamierungswerkzeug. Ja, alles klar. Nehmen wir mal mit. Ich weiß ja nie, wofür man es brauchen kann, ne? Begräbnisurne. Ups. Leinentuch. Leer. Leer. Warum ist alles leer, sag mal? Oh, guck mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht hier. Die ganzen Leinentücher. Ups. Was war da? Leinentuch. Ich will nicht nur Leinentücher hier mitnehmen. Ich will was Sinnvolles haben. Wenn ich schon hier plündere, dann möchte ich hier gefälligst auch was Vernünftiges plündern, ne? Ein Amethyst. Das ist ja auch nicht mehr so ganz schlecht. Kann man bestimmt mal gebrauchen. Blütt. Hier ist nichts mehr. Gut. Äh. Da geht's auch noch lang, oder? Oh. Hoppsa. Entschuldigen Sie bitte. Werteurne. Egal. So. Hopps. So, den habe ich gerade niedergemetzelt. Mit einem sagenhaften Skill. Ich bin ganz begeistert von mir, du. Jetzt kommen wir... Ah, ja, ja. Jetzt geht's hier rund. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt stehen die auf. Ja, genau. Noch wer ohne Fahrschein? Oh, der kommt da. Ah, so weit komme ich nicht. Ah, was mit einem Skill... Oh, wolltet ihr kuscheln, ihr beiden? Ne, Kriegsachs will ich nicht. Auch wenn die ein bisschen stärker ist, aber mit den Kriegsexen... Kann ich nicht so recht was anfangen, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Äh, altes... Nordschwert? Nö. Kann ich euch auch noch plündern hier? Eisenpfeile nehmen wir mal mit, weil die sind gar nicht mal so scheiße. Ich finde das lustig. Manche stehen auf. Und diese Geräusche hier, ne? Die machen mich wahnsinnig, ey. Kriege ich zu viel bei. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ach, ja. Zehn Gold, das nehmen wir mal gerne mit. Ist das dunkel? Aber wir könnten ja mal... Objekte. Ich hab doch hier irgendwo... Sonstiges. Ist das unter Sonstiges? Feuerholz. Ne Torch. Könnten wir doch mal... So. Haben wir hier ein bisschen Licht? Äh, das ist eine Falle, nehme ich an. So wie das aussieht. Haha. Oh. Warum klappt denn das nach da um? Heimatlandgerechter. Das konnte ja gar keiner ahnen, oder? Was, eine Frechheit. Haha. Ich hab gedacht, das schiebt, das schiebt zusammen. Naja, ist ja super. Oh, jetzt kommen hier gleich wieder die blöden Viecher. Wer hat mich hier entdeckt, hier? Ich bin versteckt und nicht entdeckt. So. Steht hier einer auf, oder nicht? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Die wollen alle weiterschlafen. Gut. Ah, hier steht einer auf. Äh, zwei. Was? Halt, Reihe. Das ist unfair hier. Ah, ich seh nix. Ach, Mann. Verfluchte Tat. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Was ist denn das für eh nach? Ach, jetzt muss ich ab hier wieder machen. Ach, nun mei die Güte. So gut wie es ihm gelaufen ist, wird's wahrscheinlich. Nicht laufen. Äh, das ist super doof gelaufen. Was denn? Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Helft mir, es loszuwerden. Helft mir! Ah, das kann ich alles wieder looten. Das ist super doof gelaufen. Egal. So. Was hilft jammern? Nix. Also, nehmen wir erstmal wieder alles mit. Da, 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 da. Halt den Schnabel da hinten. Also, wenn ich da vorbeikäme, ohne den loszumachen, dann würde ich's glatt machen. Huch, was ist denn hier los? Verlass mich nicht, um Arkeis willen. Du kannst mich mal am Ohr schlecken. Verlass mich nicht, um Arkeis willen. Ihr, hier drüben. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Hä? Dormkopf. Warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Mensch, ich will nicht immer mich hier... Auf jeden Fall war das wieder mal ein sehr guter Skill. Ah, Mann. Das ärgert mich. So. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Wieder alles mitnehmen. Den kleinen Seelenstein oder was das hier ist. Mhm. Ich weiß zwar nicht, was ich damit will. Aber kann man bestimmt mal verkaufen oder so. Hier ist eh nix drin, ne? Hier waren alle leer, Leintuch, blubber. Ja. Wo ist's? War hier was drinne? Oh, ne. Das wollen wir mitnehmen. Dit ist leer. Super, klasse. Super, super. Dü, 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 dü. Äh, hier war nix. Gut, gut. Näh. Okay. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge nochmal hier. Das ganze Gedönse. Also vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.